Ich möchte euch an der Stelle übertrieben stolz verkünden, übertrieben stolz, dass ich die neue Markenbotschafterin von Savage X Fenty für Deutschland sein darf für die kommenden Wochen und Monate. Und vor allem, weil diese Brand für Body Positivity, für Inklusivität und für Selbstbewusstsein steht. Ich habe immer das Gefühl, in Deutschland kein Teil von irgendeiner Brand sein zu dürfen, weil es immer für jede Brand irgendwie zu viel und zu extra ist. Und deswegen macht mich das so stolz, weil mir hier immer das Gefühl gegeben wird, dass alles so verpönt ist. So die Art meiner Selbstbestimmung und wie ich eben lebe, das wird hier immer irgendwie diskreditiert. Und deswegen möchte ich mich krass dafür bedanken, dass ihr mich ein Teil von euch seht, weil hier ist wirklich für jeden was dabei. Hier ist jeder herzlich willkommen. Es gibt unfassbare Größen für jeden. Und genauso wie ich hier herzlich willkommen bin, seid ihr nämlich auch herzlich willkommen, weil es gibt wirklich jede Größe von XS bis 4XL, von Körbchengröße 70A bis 105H. Und ich habe übrigens hier auch meine Größe gefunden, denn nach meiner zweiten Brust-OP habe ich nicht mehr meine 75D reingepasst. Und das war immer so das Maximum bei meinem ursprünglichen Dessous-Hersteller, den ich halt immer getragen habe. Und hier habe ich jetzt eine 80E bei Savage und da passe ich rein. Ich bin super happy. Und ich zeige euch jetzt ein paar Pieces. Ich zeige euch das, was ich getragen habe und ich erkläre euch so ein bisschen was über das ganze Programm. Das Beste ist nämlich, dass Savage jeden Monat eine neue Kollektion droppt. Das heißt, euch wird nie langweilig. Das hier hatte ich gerade an auf dem letzten Shooting und das ist mein Favorite-Set von diesem Monat, weil ich kann mir mal bitte über diesen Schimmer, über diese Spitze sprechen und über diese Verarbeitung. Es ist einfach unfassbar. Wenn ihr euch neu anmeldet als extra VIP-Mitglied, bekommt ihr 60% UOF. Das heißt, für alle, die noch kein Mitglied sind bei Savage, für alle, die gerade neu dazukommen und per Team sein wollen, herzlich willkommen. Ihr bekommt 60% UOF. Nachdem du also deine 60% eingelöst hast auf deine allererste Bestellung, bist du ja erstmal Mitglied. Und als Mitglied wirst du auch zukünftig immer 25% auf alle Pieces jeden Tag bekommen und du bekommst kostenlosen Versand ab 50 Euro. Ganz wichtig ist jetzt nämlich, dass wenn du einen Monat nichts bei Savage kaufen möchtest, kannst du deine Mitgliedschaft einfach pausieren. Du kannst sie immer pausieren, so oft du möchtest. Das ist kein Abo. Wenn du aber vergisst, sie zu pausieren, werden die 50 Euro abgezogen, 49,95 Euro. Und diese 49,95 Euro werden dir einfach als Store Credit gut geschrieben. Das heißt, du kannst dann mit diesem Store Credit alle Pieces kaufen, die du möchtest. Das heißt, wir halten nochmal fest, deine Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar, komplett flexibel und du zahlst wirklich nur, wenn du etwas kaufst. Wenn du nichts kaufst, zahlst du auch absolut nichts. Schatz, siehst, der Link ist wie immer für euch hier unten verlinkt. Lest euch einfach so ein bisschen rein, stöbert ein bisschen durch die Website. Schaut euch an, was für Pieces ihr fallen würdet und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Schatz, siehst, 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 siehst.